Das Thema ist zu uns wegen Arschluss. Jawohl. Ehre. Sehr gerne. Sehr schön. Böse, 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 böse. Ah, Ah, Tonestrahl. Dann steige ich gleich hinterher, wenn wir jetzt gewinnen. Aber wie gesagt, der Sieg steht im Moment. 110 Prozent, bitte. schön schöner pass ich wollte ihn eigentlich direkt treffen hat aber nicht gemacht und rechts berühren sollen so wie hier egal hauptsache ist drin doch jetzt immer hochkatapuliert ja ja danke nein er hat gut reagiert wir waren es zu weit weg leider oh geil egal oh gott ich dachte um es ran überzeugung dass ich den kriegen dass ich den kriege ich auch weil du da so richtig motivierter geflogen bist nach dem motto ja schaffe ich den nehme ich auch nicht schön raus mit die viecher raus mit die viecher ach danke da lang bitte oh ist wieder zu schnell schön reagiert also mein glück ist schon wieder und fliegt aber jetzt auch noch aus jetzt kannst du schönes ding wunderbar hat er gut vorgelegt ja das stimmt das hat er wirklich gut gemacht durch die decke kam der ball noch mal schön runter und so kannst du ideal ran fliechen kann ja auch mal sein du hast eine chance gehabt und das war's ja hat er mich wahrscheinlich gekriegt hat er mich vernascht 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 ups schön schade sorry ok war der alte muskote wo 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 lost die lost schon wieder ok ok was macht oh schade ich gefühlt ich sollte es lassen glaube ich heute irgendwie die sorry for party rocking sorry for party rocking egal ist ja nochmal gut gegangen so lob ich mir das was ist das oh what the fuck der wäre nicht mehr reingegangen ist das traurig hör auf der vergangenheit nach zu trauern ich halte es nicht aus mal wieder schön zu sehen wenn man den Ball berührt ihn rauskatapultiert und der Gegner sich einfach denkt ja da hat er schicke daher da wirklich den seitenspiegel den seitenspiegel ich habe keinen bewusst oh gott ich dachte der macht den direkt ich glaube das war aus seinem Plan was denn easy dann musstest du hinterher fahren da war ich ihn noch ein bisschen weiter hinterher als du ach verdammte Angst hat auch kein boost mehr ich hätte vom Tempo her auf nicht geschafft oh gott nein 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 oh noch nicht vorbei noch nicht vorbei jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei alte Katze so meine lieben Freunde das war es dann für heute ich hoffe euch hat die Folge gefallen und ja wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge und dann können wir in der nächsten Folge beide also SOZ und ich in Platinliga 3 zurückkehren ja als erstes natürlich weil wir jetzt die Runde gewonnen haben wird er dann wenn wir nächste Runde gewinnen als es aufsteigen ich werde dann erst danach folgen nach dem nächsten Sieg dann so ist das System bei Rocket League aufgebaut ja und dann sind wir mal gespannt ob wir das schaffen und ob das Road to Diamond dann zu Road to Großmeister wird ja ich hoffe euch hat die Folge gefallen wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder folgt doch gerne den TikTok Kanal Link ist in der Videobeschreibung genauso wie meinen Instagram Account ETH Remake ihr könnt auch dem Privataccount folgen Erik Tristan aber wichtiger wäre erstmal für neueste Informationen ETH Remake lasst doch gerne in den Kommentaren Feedback für meinen Cutter da damit wir Bescheid wissen ob wir in Zukunft die Zusammenarbeit weiter fortsetzen oder auch nicht und ich wünsche euch damit einen wunderschönen Tag haut rein Ciao und Tschüss euer ETH Remake 3 3 3